Iman ist wie eine Reise im Flugzeug. Je höher du steigst, desto unbedeutender wird die Welt. Und so ist es auch. Je größer Allah in deinem Herzen ist, desto leichter wird alles hier in dieser Welt. Das bedeutet nicht, dass es keine Trauer gibt. Das darf man nie falsch verstehen. Aber es hilft immer. Es ist in Zeiten der Trauer ein Trost. Es macht dir das Leben, auch in schweren Zeiten, zumindest etwas leichter.